Die spirituelle Bedeutung der Mücken, ein Zeichen des Universums oder bloßer Zufall? Haben Sie sich jemals gefragt, warum eine Mücke genau in dem Moment auftaucht, wenn sie tief in Meditation versunken sind? Ist es nur ein lästiger Zufall, oder könnte es ein tieferer Hinweis aus dem Universum sein? Diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Kreaturen könnten in Wirklichkeit eine Botschaft für uns tragen, die weit über das Physische hinausgeht. In der Welt der Spiritualität werden Tiere und Insekten oft als Boden betrachtet, die uns Lektionen und Botschaften überbringen, die unser Leben bereichern und unseren Weg erhellen können. Aber was könnten uns Mücken, diese winzigen, fliegenden Insekten, über unser spirituelles Wachstum sagen? Die Mücke ist ein Wesen, das in vielen Kulturen mit Geduld, Widerstandsfähigkeit und Beharrlichkeit in Verbindung gebracht wird. Sie scheint unermüdlich, unnachgiebig und in ihrem Streben nach ihrem Ziel fest entschlossen zu sein, egal wie oft man versucht, sie abzuwehren. Diese Eigenschaften spiegeln sich in unserem eigenen Leben wieder, insbesondere in Zeiten, in denen wir uns Herausforderungen stellen müssen, die unüberwindbar erscheinen. Vielleicht fordert uns das Universum durch das Auftauchen einer Mücke dazu auf, unsere eigenen inneren Hindernisse zu überwinden und mit derselben Entschlossenheit wie die Mücke unsere Ziele zu verfolgen. In der spirituellen Symbolik steht die Mücke auch für Achtsamkeit und das Bewusstsein für unsere Umgebung, der zartes Summen und die Fähigkeit, im richtigen Moment zuzustechen, erinnern uns daran, wie wichtig es ist, im gegenwärtigen Moment wachsam und präsent zu sein. In einer Welt, die oft von Ablenkungen geprägt ist, kann das Auftreten einer Mücke uns dazu ermutigen, innezuhalten, tief durchzuatmen und uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, doch nicht nur in der Achtsamkeit liegt die Botschaft der Mücke. Sie kann uns auch auf unsere Energieverteilung aufmerksam machen, vielleicht fordert uns das Universum auf, darüber nachzudenken, wo wir unsere Energie investieren und ob diese Investition tatsächlich unserem höchsten Wohl dient. Die Mücke könnte uns lehren, energieraubende Gewohnheiten oder Beziehungen zu erkennen und uns davon zu lösen, um Platz für Positives und Erhebendes zu schaffen. Sind Mücken also mehr als nur lästige Plagegeister? Könnte es sein, dass sie, wenn wir genau hinhören und aufmerksam sind, Botschaften aus einer höheren Dimension übermitteln? Lassen Sie uns gemeinsam diese Möglichkeit erkunden und darüber nachdenken, welche Botschaft versucht das Universum Ihnen durch die Mücke zu senden? Teilen Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren? Wir sind gespannt, welche Erkenntnisse Sie gewonnen haben.